Könnt ihr euch das auch vorstellen? Der macht das voll schlecht. Oh mein Gott! Jo Leute, was geht ab und willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir eine krass Klassefahrt-Raction. Mit einem geringeren als... Mario Decentre! Me! Und ich. Grüß Gott, hallo! Und mit Ivana Decentre. Wir haben uns extra so einen Adapter bestellt. 15 Riesen, richtig geil! Damit wir zu dritt die neue Staffel von krass Klassefahrt auf Pantaflick schauen können. Da kommen nämlich jeden Freitag drei neue Folgen raus. Bevor sie überhaupt auf YouTube aneinkommen. Sagen wir, reagieren jetzt mal auf Folge 8. Er küsst seine Schwester. Auf die Kopfhörer, fertig! Okay. Ja, okay. Okay, okay. Ivana, bist du ready? Nein. Okay. Mario, du? Okay, reicht auch schon wieder. Okay. Fangen wir an, vierte Staffel, achte Folge. Let's go! Let's go! Magst du's vorlesen? Ich nicht. Ich auch nicht. Willst du's vorlesen? Ich auch nicht. Boah, voll geschmuckt. Ich empfinde irgendwie mehr für dich als für einen Bruder. Oh mein Gott! Also die beiden sind Geschwister, also eigentlich Stiefgeschwister. Okay. Früher war alles viel besser. Ja, aber früher waren wir auch noch kurz zusammen und hatten noch nicht diese Gewöhnung und diesen Alltagstrott in unserer Beziehung. Aber wenn's dir so nicht passt, dann passt es vielleicht einfach nicht mehr. Dann... Der macht das voll schlecht. Wieso macht der das schlecht? Ria war alles besser! Ach nein. Mach's halt einfach alles nicht. Und du möchtest dann erst mal auf ein Date gehen. Und Stan, der ist ja der Fuckboy. Du musst schon Ja sagen. Und Madison, das ist dumm, die kann nicht reden. Nicht zu zauber. Das sind jetzt die Geschwister. Ja genau, also die Stiefgeschwister. Du empfindest mehr für mich, als über unsere Beziehung hinaus. Mehr als Freundschaft. Ich bin dein Stiefbruder, ist dir das bewusst? Könnt ihr euch das auch vorstellen? Definitiv nein! Definitiv. Genitiv. Dirty. Ich will noch was für Wichtigeres sagen. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe mir ein Angebot eingeholt für eine Brust-Op. Sag mal Carina, hast du noch alle Lacken im Zaun spinnst? Drehst du jetzt komplett am Re... Ich will Zaun im Brust-Op, mach mal. Eier! Weiter geht's. Das hast du gar nicht nötig. Ich will mir irgendwie meine Brüste machen, lass nicht. Du bist doch... Geil! Hippie! Du bist total bescheuert. Ui, der sieht bisschen aus wie du. Außer dass du es nicht nötig hast. Das sagen mir übel viele. Das Ding ist, der sieht halt bisschen besser aus als du. Das können wir auch gerne pro und Contra-Liste erstellen. Kannst du das alles mal anschauen? Über deine Brüste? Wie es jetzt weitergeht? Ah, ich weiß. Ich weiß. Eine Brust-Op. Nein. Der hat gesagt, ich will Brüste machen, hat er jetzt gesagt, wir können das uns mal alles anschauen, pro Contra-Liste. Ja. Der guckt sich dann, macht bisschen... Ich denke oft über mich, dass ich langweilig bin. Man denkt das vielleicht nicht, aber ich bin in meinen Stiefbruder verliebt. Und ich fühle mich so, als wäre ich in der schlimmsten Friendzone der Welt gefangen. Und dann denke ich manchmal, dass ich vielleicht... Eigentlich können die ja gar nicht Friendzone sein, weil das sind ja Geschwister. Nee, Stiefgeschwister, das sind ja nicht richtig... Zipplingzone. Oh, herrlich, Alter. Oh, geil, ey. Was an meinem Körper verändern muss. Damit... Sehe ich genauso? ... mich... ... warmen... ... als Frau. Mann, ich muss dir irgendwie zeigen, was du ein schönes Mädchen siehst. Kannst du mir auch mal zeigen, dass ich hübsch bin? Nö. War das Granatensack, oder was? Eigentlich haben wir uns ja versammelt, weil die Gruppe, die... ... sagen ihm erst einen Vortrag halten sollte. Das sind Lehrerinnen. Aber es gibt etwas über was... Also, die Linke ist die Lehrerin und die Rechte ist so als Unterstützung da. Äh, das ist... ... so unrealistisch. Ach, was? Ich dachte, das wäre echt... ... wir reden müssen. Ich habe nämlich etwas gefunden. Wow. Kann mir irgendjemand was sozusagen... Wie Nata geschaut hat? Äh... Ich wollte fragen, ob ich nach vorne treten darf. Äh... Äh... Ja. Darf ich nach vorne? Vorne? Was war das für eine Lache? Ähm... ... ist mein Joint. Und das... ... war es auch noch nicht. Ich... ... muss mich bei euch entschuldigen. Für mein Verhalten. Und... ... vor allem... ... bei Heidi. Ich habe gelogen. Der macht zwar gut. Ich habe gelogen. Sie ist keine Schlampe. Ohne Witz! Ich finde, Kiano spielt richtig gut. Das habe ich auch schon in der letzten Reaction gesagt. Der macht das übel gut. Der ist richtig gut. Der ist auch... Der ist auch... ... in real life ein Schauspieler. Oh, Mann! Und... Warte, wer ist Heidi? Äh... Blonde. Die Blonde. Die... Die Blonde. Mit... ... neben Nathan. Verliebt. Hä? Schäfer, du gehst zu deinen Klassen und sagst... Doch, ich muss ja etwas sagen. Ich bin verliebt. Und alle fragen an den Klassen. Echt? Krass. Ja. Krass Klassen. Krass Klassen. Ja. Krass Klassen. Hast du sie angeschaut? Ja. Dann zeige ich dir mal was, ja? Krass Klassen. Krass Klassen. In meinen Augen, Krüger, bist du perfekt. Du musst an ihr nichts verändern. Aber guck mal, er macht dir ja so... Voll die Hoffnung. Ja. Ja. Das ist alles gut. So dumm. So... So... Ich meine das auch so. Wirklich. Okay? Ich bin Fliege. Ich hab die auch gesehen. Schön für dich. Was? Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Er hat sogar angefangen. Ich wusste. Das war grad Inzest. Ich hab grad meine Schwester geküsst. Also natürlich. Ja, aber... Fuck. Ich hab meine Schwester geküsst. Das war grad Inzest. Ich hab meine Schwester geküsst. Ich bin bei Klaas Klassenfaden. So ein Vollidiot, Mann. Er war so wüst zu mir. Und... Wieso sage ich denn danach überhaupt was? Wieso sage ich... Ich liebe dich? Make Larry's make Larry. Ja. Richtigal Larry. Ist das so ein Juby? Wow. Was ist mit dir denn los, Alter? Da schickst du immer so Leute. Ne, ne. Ich brauch ein bisschen Gras. Cool. Und jetzt? So, ich bin ehrlich zu dir. Ich würd das jedem direkt geben. Sogar für die Hälfte. Aber dir nicht. Ich brauch das. Ist das wichtig? Alter, kann dieser Hund mal seine Fresse halten? Gib mir 100 Euro im Spiel. Loll. Wie geil einfach. Das könnte ja niemals geplant sein. Das war einfach spontan. Safe, Alter. Das ist ein Arschgut. Zwei Gramm. Hä? Was ist, wenn hinter der Kamera hübsch steht mit dem Hund? Also wir wissen, wir haben so einen kleinen Leitfaden. Aber... So einen kleinen Leitfaden. Mach alles freesell. Mach die Mikro weiter. Alles klar, Digga. Ich hab keine Hunde. Ich hab keine Hunde. Ich hab... 20, 30, 40, 60, 60, 60. 60. 60. 60 Euro. Probier mal. Das ist gutes Zeug. Ich geb dir 2 Gramm für 60 Euro. Okay. Und jetzt, äh... Muss ich mich auch nicht länger mit dir unterhalten. Sorry, nochmal wegen der Sache, ja. Ja, ja. Ciao. Ja, ciao. Am Ende hat er ihm grad 2 Gramm Thymian gegeben. Hallo. Hi. Alter, sie redet! Ähm... Ich... Ich finde deinen Liebessong für Heidi richtig schön. Ich will für Stanley auch so einen machen. Weißt du was? Wenn du es wirklich ernst meinst mit ihm, dann kann ich dir da super, super gerne helfen. Irgendwie, ja, das zu produzieren, aufzunehmen und sowas. Ich kann das. Eigentlich. Dankeschön. Dankeschön. Na ja. Ich kann das, äh... Eigentlich. Schon lange nicht. Freu mich. Hab uns Wodka besorgt. Ähm... Also... Nur... Vodka... Pur... 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 Weißt du, im Knast, da gab es kein einziges Mädchen, das so gut aussah wie du. Echt? Gab's da Frauen? Achso, nee. Das... War ein reiner Männerknast. Ähm... Dankeschön. Das geht ja mal gar nicht. Oh oh. Hey Karina. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Scheiß-Inzest-Kinder. Nein. Er versteckt sich eigentlich richtig schlecht. Das ist sein... Jojo. Oh Gott. Oh Gott! Ah! Wie hat es dir gefallen? Das erste Mal Krass Klassenfahrt richtig zu schauen? War krass. Gut, danke recht. Für dich? Ziemlich abstoßend. Okay Leute, das war's von der Reaction auf Krass Klassenfahrt. Die achte Folge mit Evie und Mario. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst gerne ein Like da. Und die Glocke aktiviert. Und wenn ihr mehr von uns drei sehen wollt. Dann schreibt Murmeltier, Hashtag Murmeltier in die Kommentare. Hatte Tschüss.